Wir sind die Firma Reifen Schuster aus Rommerskirchen. Wir sind ein Reifen- und Kfz-Dienstleistungsbetrieb, Schwerpunkt auf Reifen. Wir haben ein Team von 21 Mitarbeitern und sind dafür da, dass unsere Kunden zufrieden durch die Gegend fahren können. Was uns ausmacht, ist unsere Aktivität in den täglichen Arbeitnehmer verbringen. Das heißt, alles was bei uns an Reifen- und Kfz-Dienstleistungen täglich gemacht wird, wird mit einer besonderen Sorgfaltspflicht ausgeführt. Wir sorgen dafür, dass die Fahrzeuge des Kunden vernünftig den Werkstattbereich verlassen und der Kunde zufrieden mit dem Auto nach Hause fahren kann und viele, viele Kilometer damit Freude haben wird. Ein großes Augenmerk war immer die Effizienz des Betriebes. Und um die Infrastruktur des Betriebs so optimal einzustellen wie möglich, haben wir alle Variationen der regenerativen Energieproduktion ausgelotet. Wir haben eine große Photovoltaikanlage montiert vor vielen Jahren schon, betreiben ein 5,5 kW starkes Windkraftrad, haben eine eigene Kraft-Wärme-Kopplung zur Energieerzeugung, also ein Blockheizkraftwerk mit 20 kW Leistung. Der gesamte Betrieb wurde schon 2011 auf LED-Technik umgestellt in der Beleuchtung. Die Drucklufterzeugung wurde mit hocheffizienten Geräten bestückt, dass wir also Schraubenverdichter haben, die Drehzahl geregelt sind. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, worauf man achten soll, keine Leckagequellen in der Werkstatt, denn da, wo es zicht, kostet es Geld. Für mich war besonders beeindruckend, was aus einem Hobby Oldtimer entstehen kann. Wir haben hier einen Betrieb mit 21 Mitarbeitern, der sich um alle Belange der Kunden kümmert, egal ob Privat- oder Flottenkunde. Der Betrieb ist nicht nur technisch auf der Höhe der Zeit, sondern auch ökologisch.